4. 5. 5. 5. 7. 8. 14. 15. 15. 15. 15. hallo muss ich mich jetzt ergeben also wenn du friedlich wieder raus gehst lasse ich dich raus aber dein kumpel draußen muss er wieder friedlich raus aber der kumpel muss erst weg das kontrolliere ich mal eben ja ich hatte ja genau kommt er raus wenn ihr mich jetzt hier nicht zutriert lasse ich euch raus ja wir müssen eigentlich müsste man ja eine frange geführt werden eigentlich aber ihr seid ja nicht die ersten die hier drinnen sitzen und die ich gehen lasse einfach um mir nicht lauter feinde auf dem server zu machen ja warte mal ich mach hier mal die tür auf hier alle reingelaufen hier komm ich rein guck ich kann mit mir eine fehl zu lassen wir mal wieder raus oder wenn er eh schon alle hier seid weiter mal das haus angucken ja klar tue ich gerade wenn derjenige soll mich mal loslässt nämlich hier gerade feste erlaubt doch mal die keule los der arme ein haus besuch ich habe mich aber nicht geräumig hier ist alles alles recht eng gebaut alles vollgestellt hier aber es wird ja auch von außen ein bett zu springen aber irgendwie sollte man ja so rp-technisch noch irgendwas machen wir machen ja rp-technisch was hier ihr seid jetzt der haus besuch der hängt oben dem boden und der rennt hier runter also keto ich hätte es exekutiert also keto ich hätte es exekutiert ich hätte es exekutiert alter der ist nicht so schnell ich krieg den gar nicht ich panik in dem haus hier so sein wir könnten wir könnten ein kopfgeld auf die leute von uns raussetzen damit die leute in die pvp-zone kommen das stimmt ja das können wir machen weil die decke klatschen vergewaltigungen der holz den habe ich da jetzt noch sei ich bin der gastgeber warum was soll es mein gott jetzt nicht hilfe 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 sondern ist ein hier hinten kann sie aussuchen in den knast oder in meinen knast von dir nicht mein freund ich wollen einsteigen bei den bären tötern ja und du wolltest auch noch winken wir einsteigen willst du meinen kass oder anderen von dir wirklich überhaupt nicht in den knaps genommen habe ich habe übrigens was ins forum geschrieben okay du kommst in meinen knast die besten so zu sagen aber du leckst da wird er immer schlägt und dann weg rennt die pussy aber der baum der führt nicht genügend laub weil der baum der hatte extra so an den baum irgendwie anscheinend dran gebaut dass man es nicht sieht als verdecktes durchs lauf aber irgendwie sieht man wer wohl hier ich bin schon froh dass er nicht mehr in der gilde ist und ich klaut hatte es ist klaus auch im ts ok kann sie mir sagen kann herkommen ja der ist auch gerade jetzt gerade hinter mir her rand und auch in die falle das einfach kommt hier erst oder du wirst gewandt komm matthi es macht doch mal die laufbische an noch mal rausziehen da kommt er sagt er hat keins auch mal rausziehen ja 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 du hast du doch selber gewinnen ich bin das ist ein schlinge echt aber leider machen das okay das war sein damit haben wir doch ein gegen das sozusagen Heu, ich habe mal ein System. Was ist das? Das war's für heute. 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 Das Haus ist hässlich. Das muss weg. Das ist ein zwergisches Bauwerk. Die müssen so... Sporadisch, praktisch, gut. Okay. Das muss ich mir nicht mehr so laufen. Aber das geht ja auch nicht. Ich hab's auch nicht mehr mitgekriegt. Aber ich hab's auch nicht mehr mitgekriegt. Ich hab's Standbild können lassen. Ich hab's Standbild können lassen. Scheiße, grad verpasst. Ich hab's nicht mehr mitgekriegt. 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 Achso... Die Ausdauer. Das Finkern kann ich nicht flogen. Wer heult denn da gerade rum im Chat, Alter? Oh, da gibt es zwei Mord aus. Yup, yup. Scheiße, jetzt sind wir beide mit gebogenem Bein hier drin. Ja, ne? Fuck. 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 Wiem. Guten Tag! Hallo! Na, was gehts da, Jungs? Mahlzeit, Bodi! Mahlzeit! Der Bodo! Bodo! Geht! Mensch, Bodi! So, weiter geht die lange Reihe! Scheiße! Schon krasse Ton da oben, hast du auch gesehen! Das ist ja quasi mein Nachbar, Alter! Alter! Wie geröttert riesige Diener oben? Weiß ich nicht! Ist einer von euch? Ich glaube nicht! Geht auf jeden Fall mal hin, mal gucken! So groß! Wir, glaube ich, auch auf den Hofen! Bei Sascha und der Gabi warst du! Ja, genau! Richtig! Warum töten die Milch? Du musst es noch mal in der Gilde sein! Du kommst hier nicht rein! Wie liest du denn noch mal im Spiel? D.B. Rezerion! Rezerion! Ja! Wussten wir mal gefallen! Hats mal bitte auf O drücken und gucken. Ob der Rezerion noch in der Gilde ist? Ah, oh... Wer? Ja, ich war! Ja! Und dann kann er nämlich die Türe auch selber aufmachen! Ist ja Family, ne? Ja! Ja! Also dann schon mal alles richtig! Jetzt stehe ich hier vom Tor! Dann bist du wahrscheinlich gekeilt worden und weil du dich dann zwei Tage nicht mehr sehen lassen hast, wirst du automatisch auf null gesetzt. Du bist zu klein. Oh Mann. Ich bin zu klein, ja. Ich bin auch zu klein, da hab ich den Stuhl eingestellt, ich mach die Tür auf. Da hab ich schon wieder nichts mehr, Kotz. Aber guck mal, es liegt genau auf dem Fensterbrett. Also liegt schon auf dem Fensterbrett? Also mein Beute zumindest. Aber irgendwie siehst du ja in Amsterdam auch mehr Fahrradfahrer als sonst was. Ja, Amsterdam ist ein Fahrradfahrer. Und noch eine andere Frage. Ach so. Haben die keine Geschwindigkeitsbegrenzung in Städten? Reicht doch? 70 glaube ich. Aha. Ich hab mich nämlich schon gewundert. Geht ja nur ums Geschäft, was schon. Deutsche und andere müssen 50 fahren. Aber ich hab mich nämlich schon gewundert, weil die sind durchgeheizt wie die Bekloppten. Mit einer Frau, richtig? Ja. Die sind aber nur zum Farmen da, wenn überhaupt, ne? Genau. Die ist ja nicht so der Zocker, sag ich mal, ne? Aber so ab und zu spielt sie auch mal mit. Ja, du musst ja nicht so dauerhaft spielen wie Jungs. Ja. Haben sie auch die ganzen Schatten ausgeschaltet und so? Also ich hab jetzt auch mal alles. Ne, also auf den alten Rechner auf jeden Fall, ne? Wo sie spielt. Aber jetzt auf den neuen hier, äh, kann ichs ruhig anmachen. Ich hab ja auch so ein richtig dickes, fettes Biest. Also 12 Kerner und 128 Gigabyte Arbeitsspeicher und so weiter und so fort. Dann rede ich nicht von der SSD, sondern von Menschen im Arbeitsspeicher. Ja. Und, äh, wie gesagt, das rummelt ja trotzdem, weil die Engine einfach nicht in der Lage ist, das richtig zu verarbeiten. Also ich merk's auch, wenn, wenn man halt wirklich über die Wiese läuft und der dann am Nachladen ist, dann das ist halt wirklich da... Folgt dem Kriegsmönch. Dem Kriegsmönch. Guck mal, wie er aussieht. Dem heiligen Kriegsmönch. Das ist Blümchenbuddelrüschen von Pimmelshausen. Ah, fresh meat. Aber jetzt läuft das richtig flüssig, jetzt hab ich fast 200 Frames hier. Naja, ich hab jetzt auch mal so runtergestellt wie du, ich hab mich auch schon gewundert, weil ich hab auch eigentlich ne Gamer Maschine. Ja, bei den Gamer Maschinen ist das sogar schlimmer als bei den Windbooten. Also meine Frau, die hat noch eine 58,90 Grafikkarte von AMD, kennst du bestimmt. Weißt du, dass die Karte mehr bringt als meine R9 295? Nein. Ja. Aber das liegt einfach daran, dass das Spiel noch nicht gut ist. Dass noch nicht endentätig läuft. Pass auf, da ist jemand. Das hab ich halt auch schon gemerkt bei Gamer PCs, im Vergleich, wenn die Spiele noch nicht richtig ausgereift sind, dann lag das mehr als bei der normalen Gamer. Bestimmt. Aber ich hoffe mal, dass sich das noch ändert. Ja, bestimmt. Aber jetzt kann ich wenigstens auch weit gucken und es lag nicht. Nach deinen Einstellungen, schön. Ja, das geht ganz gut, finde ich. Ja. Sei grüß. Das müllt den Rahmen der Grafikkarte momentan noch nicht so voll. Laufst du an Gott, mein Junge. Oh, Schatz. Ohne Ende. Auf jeden Fall. So knie nieder und lass mich dich segnen. Alles gut. Nur knister, knister, keine Angst. Schau meinen Namen an, ich bin ein heiliger Bruder. Achtung, von hinten noch einer. Nun, mein Jungling, nehm deinen Helm ab und lass mich dich segnen. Ach, wie nur die Hand Gottes. He. Ein Ketzer. He. 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 Oh, was ist das, auf einmal steht da vor mir. Wir weinen doch hinter einer Brücke. Das ist ein bisschen, 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 das ist ein bisschen. Ja, du musst mal gucken. Ja, kennst du, ist hier wirklich größer. Eines ging ein, das ist wunderbar, aber dann muss das irgendwo machen, wo es sich lenkt. Sobald wir das frei ging, kann man da drücken, da ist es zu lenkt. Das Dana, dasCUse erreich. Dasu Br curd. Oh nee! Nein, du bist. Digga, du bist. Nein, du bist. Sechs oder siebenmal, also eigentlich werte er wahrscheinlich noch eins dabei fehlt. Aber jetzt wird er wieder fit sein und es wird er nicht angucken. Es ist ein Jauneufend. Es ist ein Jauneufend, dass sie mit einem Schiff. Und das wird keine Herausforderung. Wir haben ein Hecht zoals ein Schiff. Wir gehen zum Schiff. Wir gehen zum Schiff. Wir gehen zum Schiff. Eine Schiff. Wir gehen zum Schiff. Oh, das ist gut. Dann wollen wir noch mal. Kommen wir mal. Jo. Wir wollen mal abwechseln hier. Okay. Es war nur noch ein Schlag notwendig. Hast du Daisy mich zum Laufen gebracht? Ne. Kein Bock auf uns. Boah, das haben wir ja gut geschafft, oder? Jo. Da kommt der Zuser von hinten. Passt mir auf meinen Lootbeugel auf. Ja. Ja. Der rennt aber, der kommt auf uns zu, ne? Komm her, hier, hier, wo ich bin mit der Badegang. Da oben liegt auch noch ganz viel Stuff, ne? Ja, da geh doch hin. Loote einfach, wenn du kannst. Also ich hab erstmal alles eingesteckt, was ich... Ach, das ist hier, okay. Hab ich eigentlich ne Belagerung verpasst? Oder fight dich einfach so? Ja, wie ist meine Bade ziemlich klein gegen was zusagt? Ja, warte mal. Da kommt noch schnell hin. Alter, wie viel Zeug der Bade hat. Ich treff den einfach nicht, obwohl der... voll rein schlägt in meinen Bildschirm. Das leckt zu bolle. Bin ich schon wieder rausgeflohen? Ja, jetzt scheint der Server abgeschöpft zu sein, oder? Jetzt geht's weiter. Was hast denn? Ja komm, ich zieh mich erstmal zurück. Ich hab eben so auf den einen gedroschen. Ich hab jetzt hier runter. Oh! Oh, oh! Oh! Vielen Dank.